Die Krabs, Kunan, Manus, Nils, Sachse, Liquid und Earlyboy Rockmiddag! Kastemstrecken, aber bekannte Customstrecken Mit der allerbesten zuerst Wobei, nicht für ihn, oder? Kenn ich nicht, ich hoffe Ich kenn die nicht Ich glaub, Julie kennt die auch Die haben wir schon zweimal gespielt Das ist die beste einer Ich weiß nicht Bodenmiddag! Oh, was auch immer da Boost! Oh shit Legt mir den, hör doch mal auf hier Ich bin schon wieder letzter! Ich bin schon wieder letzter! Hallo? Ich hab mich nie wieder gedreht Lol Und wo ist der Boost? Ich bin raus, keine Schuld Nein, 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 easy Der Pinke da, bitte ruhig Warn uns jetzt! Wofa, Wofa, nicht ran! Okay Ist doch alles gut! Kratzt ein bisschen am Dach Okay Ist doch da Ja, siehst du alles cool Ich bin schon am Dach kratzt Ja, eben Wir haben uns da nicht gerappt Nein, nein Mehr war da einfach nicht drin Wir konnten es da nicht machen Oh nein, das geht nicht gut Wer war das? Anders! Anders! Wer ist denn immer so pink? Scheiße! Oh shit! Wie hab ich das denn jetzt hinbekommen? Okay, ich hab keine Ahnung Das hol ich nie wieder auf Oh, wer ist das? Was? Was los? Leute! Echt? Wie kann ich spawnen? Ah, Mann! Da hab ich wirklich Y, den oberen gedrückt hat Ah, okay, danke Den werde ich brauchen Oh nein, das ist diese Oh nein, das ist die Map, ey Diese sehr gemeine Wallride Oh mein Gott! Juli, du musst bei den Dingern einfach gegen die Wände fahren Ja, okay Ja, du musst dich sozusagen von den Wänden leiten lassen Richtig, genau Ja, okay Wer ist auf eins? Meine Winne ist Gott Boah, der ist weit weg Sie sagten, der ist weit weg Der hat noch keinen Crash gehabt wahrscheinlich Irgendwie, ich weiß nicht Ich hoffe, das ist die Map mit dem Fahrstuhl Mit dem Lift für Motorräder Nein, das ist die Map bei die Playlist Ich hoffe, das ist die Playlist mit der smoothen Strecke Weil sie so rot-schwarz war Nein, das ist die Playlist mit dem Lift Mit dem Lift Ich bin nicht Da brauchen wir aber McFly wieder Ich weiß ja auch nicht Müssen wir uns dann einfach für die eine Strecke rollen Aber der McFly, der kann leider nicht Der muss noch schnell nach Katar Der wurde engagiert, die letzten Stadien zu bauen Der ist beim nächsten Mal dabei Das gibt's doch nicht Ja Ich slide, ich slide schlecht Ich slide richtig schlecht Ja, ich bin auf Aber du kommst runter Ich hab mich fangen können Oh shit Was macht die denn hier? Ich bin falsch rum da lang gerutscht Oh Gott, oh Gott, nein Richtig, richtig böse da Ich konnte mein Auto nicht umdrehen Geil Ich hab's nicht an die Wand geschafft War das Problem Ja, mein Auto lag auf dem Rücken Und hat sich nicht mehr richtig Ey, was macht das? Echt? Ist das dein Ernst? Oh! Das war ich? Das war ich? Es war ein Ernst Jetzt kommen alle voran Julie steht auf der Rampel Okay, ich muss zurücksetzen Ich bin über den Ich bin über den Checkpoint gerutscht Ja, kein Ding Julie, halt sie auf! Frech halt, ey Ja, ich komme nicht auf die Seite, ey Nein! Boah, sind die weit weg jetzt Es wird dumm Ich schwere dir mal die Ich bin von Anfang an Letzter Ja, aber es liegt ja an deinen Künsten Nein, die haben mich gerammt Die haben mich so gerammt Dass ich aufm Kopf lag Wie kannst du denn noch Letzter sein? Julie? Haben wir überrundet? Ja, die habe ich Überrundet? Habt ihr mich auch überrundet? Das macht Faxen Ich kann dafür nix Ja, und jetzt glaubst du Dass das immer noch damit zu tun ist Dass du am Anfang gerammt wurdest? Nein! Jetzt hat mich Julie angeguckt Mit Gegner abgefahren Tja, was machst du denn auch? Warum stehst du denn immer noch Julie? Ich übe halt Ich übe Lass mich hier stehen Und warten bis die anderen kommen Lass mich blockieren Ich dachte wir haben nur zwei Scheiße Julie, wo bist du denn hin? Nein, lass das Ich dachte wir arbeiten zufam zu nicht Du kannst den Wallride nicht verkacken Ich helf dir Oder den Slide Vielleicht erwischt er den nicht gut Das kann passieren Das ist so ein bisschen random Julie, was machst du denn da? Ich weiß es nicht, du Deswegen habe ich ja gefragt Absturz hier Oh mein Gott, dieser EZ Ja, der Slide hat mir jetzt Hat das mir eben versaut Guter Slide Guter Slide Julie, die kommt Dreh dich um Da kommt der Erste Julie, jetzt helf mir da Was machst du denn? Was darf denn Anne? Was darf denn Anne? Was darf denn Anne? Was denn? Ich bin immerhin schon vor dir Scheiße Julie, was stehst du denn da blöd? Julie ist blöd Oh fuck Sorry Anne Julie und Early stehen hier einfach in der Röhre Na, Na, hallo, kommt's doch rein! Aber die treffen ja nix Nein, ich hab's nicht Ich hab's nicht Ich hab's nicht Oh mein, Leute Oh no, ich hab den Windschatten von Krebs gehabt und mit oben gegen geflogen Und dann ich über... Ja Und jetzt muss ich mit Early eher durch Ich hab... Ich hab in einem Rennen einen Per... Ja Ja Ich bin nicht der Einzige Jetzt muss ich hier mit Early Du hast zwei Personen zweimal überrundet Ja Ich hab auch so'n Lech Ich krieg aber noch einen Da vorne fände ich noch einen Ritter Oh, das kommt ran Oh, das wird knapp Ich hab den Fluch des Julis, warum?! Ich hab keinen Vollspeed bezahlt Das Julis Ja, ich bin da ja auch... Ich bin auch nicht perfekt durchgekommen Anne, ihr könnt alles blockieren Ah, von perfekt kann man hier nicht... Anne, hau da nur weg Anne, wie machst du das? Hau da nur weg Wenn sie jetzt einfach im Lift hängt Julie, komm mal mit hier, ich zeig dir das jetzt Da ist noch eines los an der Zeilinie Fang weit oben hier an Okay Dann musst du das Ding hier am Ende mitnehmen Ja, das sollte das in Ordnung Ah Fertig Und dann nach rechts drücken, oder? Ne, nach links Wenn du auf der nächsten Fahrt landest, nach links Weil sonst kleidst du drüber Okay Aber erst nach rechts Du musst diesen Kannsteiner da erst mitnehmen Dadurch drehst du dich Und kommt auf die nächste Fahrt Ja, okay Mega, die Schnauze an Danke Early ist der Einzige, der mir hier hilft Ja, seht ihr, ich bin die A Wir haben dir gesagt, wie du fahren musst Also, es geht nicht Ich Okay, bei Julie kommt also jede Hilfe zu spät Ja, auf jeden Fall Also, die Aufzug-Mapper auf jeden Fall Ja Oh, was? Nein Mann Ist dir irgendwas passiert in dir? Also, ich meine, ich bin hier auf den Kopf gelandet, aber Hast du ihn geköpft? Ne Mir ist, glaube ich, das Hinterrad nach vorne gerutscht Ne Vielleicht zu krass auf dem Hinterrad Und eine Nasse Fahrt an нет Du musst du fach schwer sein Oh, hier ist aber ein enger Schlitz Jetzt bist du sogar hinter Anli Ein enger Schlitz gesagt Haha Dee 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 Oi Hi, Manus. Oh Gott, da kommt auch noch ein Kratz. Holy Shit, die Kurre. Einfach Vollspeed. Ne, ganz Vollspeed ging bei mir nicht. Doch, nicht Vollspeed. Ich wollte den Windrad eigentlich halten. Jetzt hat Nils mich überholt. Ach, das ist die. Okay, ich bremse ab. Muss, glaube ich, sonst kommt's. Ja, hätte ich's nicht gemacht, hättest du mich runtergeworfen. Gut, dass ich hinten bin. Guck mal nach hinten. Ah, ist alles gut gegangen. Dank aller Deals. Es kommt aber noch ein schlimmerer Abschnitt. Dann, wenn das die jetzt wieder ist. Der Aufzug? Ne, der Aufzug ist mir eigentlich frei. Oh Gott. Das, was jetzt war, kommt nochmal mit einfach random Ecken. Aber ich glaube, das war auch wieder eine andere. Ähm. Nein. Oh, das ist knapp, ey. Ich fahr einfach rein. Ich fahr auch rein. Keine Ahnung. Ja, ist richtig. Und es geht weiter geradeaus. Oh, ich wollte umdrehen. Es sah aus wie so eine... Ich war auch gerade kurz ein bisschen verwirrt. Nimm mal einen Windschatten, Dalu. Ja, das reicht nicht. Was hast du auf dem Rücken? Nimm ihn. In die Tasche. Ich? Oh nein, egal. All in. Ich fahr hier am Rand. Das ist die Aufzugmap. Ich fahr trotzdem hier am Rand. Fuck. Fuck. Ich setze dich zurück. Ja, aber die endet doch nicht mit einer Runde. Ne, hat sie auch nicht. Aber kommt man jetzt nicht in die Kanäle und so? Weil die Kanalmap war auf jeden Fall die Aufzugmap. Aber im Moment, dann steht da was anderes irgendwie unten rechts bei Rundenrennen. Aber es ist auf jeden Fall safety. Das wird die sein. Jaja, das sind die Kanäle. Vielleicht haben wir dir am letzten Mal einfach aus Zeitgründen nur einen Runden gespielt. Nein, wenn ich... Eigentlich nicht. Nein, du kommst ja gar nicht wieder zurück zum Start, glaube ich, oder? Ich hab keine Ahnung. Oh, Alter! Was drängelst du denn so? Haben wir uns... Wir haben so lange kein GTA mehr gespielt, dass wir nicht mehr wissen, was jetzt beim Rundenrennen unten Alter, warum ist hier so ein Parkhaus? Ich dachte, Current Lab ist eigentlich Runden. Eine Woche kein GTA. Und schon. Ja, ist zweit. Der ist breiter geworden. Ihr Penner! Zutritt! Dann schmeißen sie mich da raus! Das ist geil. Schön! Komm, wir holen auf. Die zoffen sich gleich. Nein, komm, wir haben hier Platz zutritt. Der Aufzug ist breiter geworden. Ja, es geht's. Hey, hör auf! Nein! Was? Ich bin tot! Ich bin... Ich bin in den Aufzug gerutscht. Hey, hier fehlt auch ein Aufzug. Hier bei der Aufzug ist breiter geworden. Hier war doch noch ein dritter. Ich bin schon wieder im Aufzug drin. Was? Wir haben die Map komplett geändert. Hast du's gesehen, Nils? Ja. Das ist die, die wir gespielt haben, aber anders. Okay. Zweimal jetzt gestorben, weil ich schon in den Aufzug reingeklitscht bin. Das ist auf jeden Fall die Map mit dem Lift, aber die wird umgebaut. Ja, schön. Nein! Ich bin zweimal einfach aus dem Lichtrein. Ja, das und beim ersten Lift musste man eigentlich um eine Kurve fahren und dann kam der nächste. Und dann kam auch der Sprung, der ins Ziel ging, aber der war auch nicht mehr da. Wir waren uns mal vorne. Aber was ist mit den anderen passiert? Wir sind am Aufzug gescheitert. Die anderen, die vorne sind, nicht die hinten. Stopp! Lass aus! Alles Gute, dann war ich auf der anderen Seite. Etzelah! Oho! Ich bin weggerutscht, Alter! Nein, nein! Ich war wirklich gerutscht. Erzahlen sie alle. Ich habe ins Wasser gelandet. Ey, ich habe so lag. Oho! Mannos, die Kurve richtig! Ich hau dich gleich aus dem Lift, ey. Ich köpfe dich jetzt. Oh, komm schon. Ich habe den Boost. War da nicht ein Boost? Komm doch vorbei, hä? Was, ihr seid schon wieder durch. Gibt es doch nicht. Ich bekomme keinen Boost mehr. Need for Speed-Kurve hat er aufgenommen. Einfach gegen die Wanner. Leute, bekommt ihr den Boost noch? Hallo, wie war es? Nee, ich habe ihn nicht bekommen. Aber es hat gerne meinen Manus entdecken. Wie bei Golf is Friends. Ich habe den bei alleine. Manus, der ist echt nicht viel Platz. Ey, komm mal, scheiße. Ich bekomme auch keine mehr. Oh, Manus, ey. Hallo, Mester. Oh, jetzt ist es so easy. Da war, was war? Ähm, Kunzmann, stand Julie bei dir auch Gewalt auf dem Schiff? Ja. Ich wurde überrundet. Überrundet. Oh, das wird eng. Oh, da hält sie dir den Kopf ein. Ha, geschafft. Aber das wird knick. Mein Motorrad geht gar nicht mehr an. Komm, jetzt Fall noch da runter, ey. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe versucht, nur das Rad hochziehen, aber dafür war es so schnell. Ich habe keinen Boost bekommen. Ja, es gibt keinen Boost mehr. Haben wir doch eben für manche. Ja, aber Manus hat, Manus hat auch den Boost her vorbekommen. Manus kriegt den Boost. Echt? Ja, der kriegt alle Boosts. Ja, der will ja Boosten kicken. Aber trotzdem fährt er einfach langsam, weil ich bin schon wieder da. Ja, das gibt es ja gar nicht. Hi. Und jetzt köpfe ich dich. No. Da kommt einer. Wieser Sturz. Verletzt. Oh, shit. Nein. Das Problem ist, dass das Feld vorne ist jetzt so gelichtet, dass am Lift nichts mehr passieren wird. Vielleicht ist der ja auch anders wie die Boosts. Ich glaube, mein Motorrad ist einfach langsam. Wieser muss. Komm, ey. War das schon immer eine Schranke? Ja. Oh, nein. Wir haben vorher nur kaputt gefahren. Ich habe mich hier verkeilt. Ich bin so selten vorne, dass... Ah. Ich bin hier gegen so einen Koller gefahren. Oh, scheiße. Hast du verkeilt gesagt. Oh, ich hätte es fast noch geschafft. Jetzt sind die ganzen... Ich weiß. Ja, haut ab. Ich will auch noch... Ah, ich will da. Du wartest unten. Äh. Ich will... Oh, nein. Da kommt mehr. Da kommt mehr. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell. Fahr, fahr, fahr. Nein. Kommt runter. Es ist weg, oder? Rappt euch da. Nein. Manus hat gewonnen. Manus hat gewonnen. Muss man hier runterfallen. In der falsche Richtung, Manus, der kleine Dreck-Sacke. Okay. Bester Weg hier. Ja, war ich doch schon. Die abgehenderte Bobo-Strecke, ja, die gewinnt er. Die Bobo-Strecke. Okay, Liquid, ne? Ja, der gewinnt. Juli. Geht ja um die Punkte. Was? Habt ihr ein Problem? Du bist bei mir erst unter Wasser. Nein, ich war... Ich hab keine Ahnung, Nils. Ich hab keine Ahnung. What the heck? Also, ich glaube, bei Juli ist irgendwas falsch. Ja, ich glaube auch. Ich hab auch furchtbaren Leck. Bei mir ist Juli unter Wasser. Ja, oh, jetzt fährt sie. Nee, bei mir fährt sie auf den Steg. Ja, jetzt. Ja, aber dann... Ja, und doch weiter. Und doch irgendwie gegen... Ich hab voll Leck. Ich seh gar nichts. Blitzt du irgendwas hoch oder so? Das heißt, du siehst gar nichts? Nein. Du leckst gar nichts. Nee. Aber, ja, aber... Ich hab hier richtige Lecks. Yay. Das sehen wir mit den Lecks. Geschafft. Manus hat die Strecke gewonnen, weil alle dazu gezwungen wurden, da still zu bleiben. Die gewinnt Manus natürlich in der Verbacken. Der war ja auch der Einzige, der einen Boost bekommen hat. Aber der ist doch immer der Erste, der er hat. Sieht aus wie ein Chicolo. Also, ohne Boost. Aber Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da wir schauen, wie die Lobby jetzt wieder vollkriegen. Wir sehen uns mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao. Ciao. Einer muss early ein.